hallo zusammen heute möchte ich euch eine warm-up methode vorstellen das kredos gravel warm-ups sind für mich aus teamworkshops nicht wegzudenken denn sie machen workshops auch erfolgreicher ob sich teams schon lange kennen oder auch gerade erst gemeinsam starten warm-ups sind in jeder teamphase ein erfolgsgarant warum die menschen lernen sich untereinander noch mal auf eine ganz andere art und weise kennen und sie leiten auch das kreative denken in einem workshop ein kredos gravel ist relativ einfach vorzubereiten was braucht ihr post und eddings jedes teammitglied stellt sich mit seinem namen vor und schreibt für jeden buchstaben ein extra postet wenn ihr eine große wand habt im besprechungsraum im workshop raum im meeting room dann könnt ihr einfach alle teilnehmenden bitten ihre buchstaben von ihrem namen entsprechend an diese große wand anzuposten und dann ist die kreativität des teams gefragt welches credo für den heutigen workshop tag welches motto oder auch welches thema passt für das team total gut da ist das team gemeinsam frei aus den buchstaben ihrer namen ein scribble anzufertigen selbstverständlich ist die methode auch total gut digital geeignet das heißt ihr könnt ihr auf einem wild board concept board entsprechend arbeiten oder aber auch auf einem powerpoint jeder teilnehmende kann hier auch wieder ein textfeld mit seinem namen beschriften und dann kann man entsprechend auch daraus ein scrabble legen ich wünsche euch viel spaß beim ausprobieren der methode und erfolgreiche meetings bis zum nächsten mal tschüss